And it's still Italia, aus der Opposition Luca Materazzi! Und da hinten wird gekämpft, Fuchs auf der 4 mittlerweile, hier kommt er, der Sieger! Oh Luca! Hey! Materazzi in Italy, Second! Oh Luca! Rande! Grand, Luca! Grand, Luca! Der Streiker, Mario! Grand, Luca! Go, Luca! Luca! 1. Platz kommt in Italy, Luca Matteotti, in 2nd. Luca, komm hier! Koch, danke! Das ist die erste Victory für die Italien-Team. Im ersten Platz kommt es in Italien, Luca Matteotti! Rande! Der Überraschungssieger, wer war der schnellste, der war der beste am heutigen Tag? Luca Matteotti, Italien! Und noch einmal die Siege hier, Italien, Luca Matteotti, auf der 1, auf der 2, Alex Ball in Australien, auf der 3, Florida, auf der 4, Mario Fuchs, aus dem Österreich! Und wir hören nun die Hymne aus Italien, wir hören nun die National Anthem of Italy. Fuchsmeier! Fratelli, Italien, Italien, sedentat! Vianna, Italien, Italien, Untertitelung. BR 2018 Luca Matteotti, Alex Polin!